Endlich ist es raus, diese 13 flirthungrigen Singles gehen schon in wenigen Tagen auf Tuchfühlung. Am 30. August geht die RTL 2 Dating Show bereit in die 6. Staffel. Doch nicht nur die Eiländer sind wie jedes Jahr taufrisch gecastet, auch bei der Moderation gibt es einen Wechsel. Nach 5 Seasons hat Gianna Ina Zarella, 44, das Zepter an Sylvie Mais, 43, abgegeben. Die verrät Bromiflash schon vorab, dass die Besetzung dieses Jahr besonders heiß wird. Nun hat RTL 2 die ersten 13 neuen Kandidaten enthüllt. Auch in dieses Mal dürfte den aufmerksamen Trash, TV, Fans schon das eine oder andere Gesicht im Cast bekannt vorkommen. Die hübsche Brünette Andréna Santoro, 28, war beispielsweise nicht nur 2019 schon die Schweizer Bachelorette. Ihr wurde Anfang des Jahres sogar ein Flirt wohl mit Rosenkollege André Mangold, 34, nachgesagt. Auch die 24-jährige Lena Schiviora hat schon eine Dating Show, Vergangenheit, 2019 nahm sie noch mit ihrem Ex-Freund Robin Riebling an. Der ersten Temptation Island, Staffel Teil, nach der sie sich sogar verlobten. Mittlerweile ist die 24-Jährige aber wieder Single und bereit, einen neuen Partner zu finden. Dennis Felber hat auch schon jede Menge Kamererfahrung, der 22-Jährige war ein Jahr in der RTL 2-Serie Krass Schule zu sehen. Deswegen hat der Fitness-Coach auch schon auf Instagram so einige Follower. Mit der Brünetten Jessica Diatta, auch Jazz genannt, wird der Cast um eine echte DJ erweitert. Die 23-Jährige ist in ihrer Heimat Geiserslautern für ihre Auflegekünste bekannt. Der smarte Robin Wittmann könnte bald einen ganz schön prominenten Partner haben. Die kleine Schwester des Augsburgers detet nämlich den Fußballer Felix Götze, 23, Mario Götzes, 29, kleiner Bruder. Außerdem sind in Startcast mit dabei, der 25-Jährige BWL-Student Dominik, der 26-Jährige Stadtbetriebsangestellte Janik, Der 26-Jährige BWL-Student Kahn, die 23-Jährige Friseurin Lisa, der 23-Jährige Landschaftsgärtner Philipp, die 23-Jährige Studentin Sarah, die 24-Jährige Visual Merch an die Serien Sina und der 26-Jährige Facharbeiter Steven. Love Island, heiße Flitz und wahre Liebe, Montag, 30. August, um 20,15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22,15 Uhr bei RTL 2. Tipps für Promiflash? Einfach e-Mail n-tips-at-promiflash.de MÜZİK Musik Musik